Exzellenz in Dresden heißt für mich als Kulturbürgermeisterin, wir kommen aus einer jahrhundertealten Tradition von Kunst, Kultur, Internationalität, aber auch Forschung und Wissenschaft. Und in der Gegenwart verbindet sich Dresden Concept, das Projekt der Technischen Universität, mit den anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen und den großen Kunsteinrichtungen. Und ich finde es wunderbar, wie dieses Konzept auch zukunftsweisend diese Tradition an Innovation und Kunst und Wissenschaft fortschreibt.